So, hier sind wir wieder und ich bin immer noch auf der Suche nach der Mine, die sich eigentlich in diesem Gebiet hier sein sollte. Deshalb laufe ich einfach mal hier weiter, was wahrscheinlich ziemlich doof ist, aber naja. Aber wer weiß, vielleicht finde ich sie ja irgendwann, vielleicht setze ich auch einfach mal die Zeit etwas schöner hin. Dann haben wir auch etwas mehr Sonne für meine lange Wandertour. Oh. Naja, wo Mammuts sind, sind auch Riesen und Riesen wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben. Verdammt, wo soll die sein? Naja. Ah, da fällt ein Mammut. Hier habe ich noch ein Grab entdeckt. Okay. Verdammt, nochmal. Das Ding kenne ich ja. Hm. Hörte ich nicht so laut an. Ich glaube... Eine Lichtung habe ich hier entdeckt. Wow. So, ich gebe mir nochmal die Karte. Okay, ich bin zu weit. Ich würde gerne mal wegen genau da hinlaufen. Denn da ist Weißlauf. Und das muss hier da irgendwo sein. Ich bin jetzt den Weg hier schon abgelaufen. Ähm. Ja. Dann laufen wir mal da hin. Oh, ein Säbelzahntiger. Kopfschuss. Hallo. Oh. Oh, oh, oh. Ich werde sterben. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt richtig, richtig doof. Und ich habe nicht gespeichert zwischendurch. Ich hoffe, das Ding hat gespeichert, als ich was entdeckt habe. Sonst ist es, ähm... Ziemlich bescheuert. Und? Wo bin ich? Ja, er hat nicht gespeichert. Wie toll. Wart mal. Wo wollte ich gerade nochmal gucken? Ich wollte... Das habe ich schon gesehen. Dann gab es hier irgendwas, ne? Dann gab es da was. Äh. Ich laufe mal einfach mal da oben hin. Wegen. So. Dann muss ich ja nicht mehr da hin zurücklaufen. Dann kann ich einfach hier weiterlaufen. Habe ich jetzt zwar dummerweise nichts da hinten entdeckt. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Da oben ist ein... Landschaft. Ah. Ah. Guckt mal an. Was wir hier haben. Ich glaube, das ist das Ding. Frage, sind die Agro auf mich oder nicht? Und ist das eine Mine oder ist das keine Mine? Okay, die sind Agro auf mich. Was ist los? Wieso bist du so scheiße drauf? Könnt ihr auch... Oh. Gar nichts. Komm her, du scheiß Bandit. Ja. Boah. Boah. Wow. Oh, wie schlecht bin ich eigentlich, hm? Was machst du denn jetzt hier? Hier. Wieso wollen mich alle töten? Ich bin doch total unschuldig. Hallo. Was habt ihr alle gegen mich, hm? Na? Na? Da haben wir was. Und... Ja, hier haben wir die Mine, die ich haben wollte. Hoffe ich mal. Ab. In die Mine. Und da wir jetzt schon hier sind, werde ich mal speichern. Ja, eindeutig speichern. Und... Ich werde mal meine neue Stufe vergeben. Und zwar, ähm... Ja, komm. Nehmen wir Gesundheit. Eigentlich brauche ich nur Gesundheit, denn... Schmiedekunst. Arcanerschmied. Arcanerschmied. Boah. Wie viel Level man braucht hier, um... Ich möchte hier leichte Schmiede machen. Also ich brauche Elfen... Äh... Schuppen oder Vulkanschmied. Das andere ist... Drachen. Dederisch. Und das geht halt ziemlich stark in die eine Richtung. So, blocken. Mh, ne. Einhändig vielleicht. Schießkunst. Jetzt bin ich auf Level 32. Gut. Das bedeutet... Wenn du mal da hinkommst... Ich kann jetzt das aktivieren. Ja. Ich möchte das Talent erlernen. Jetzt kann ich nämlich auch noch zoomen. Pass genau. Wäre auch nicht schlecht. Schleichen. Heimtücke. Aber das finde ich noch besser. Egal. Lautlose Bewegung ist auch gut. Oh mein Gott. Wie gut bin ich denn schon bei Redekunst? Falschen... Okay, Level 19. Da bin ich ja richtig... Ein 29. Ach. Ich bin jetzt bei 29, weil ich den Ring trage. Okay. Händler. Investor. Ja, gut. Dann, äh... Später mal. Jetzt mal. Mach ich mal die Leute hier platt, weil... Die Leute sind doch bestimmt schon Agro auf mich. Weil ich die Leute da vorgekillt habe. Na? Was willst du? Schlüssel! Schön. Ist alles schwere Rüstung. Kann ich nicht gebrauchen. Aber ich kann die Erde... Die... Erzader abbauen. Komm, gib mir heute das Erz. Schön. Hier habe ich noch eine Erzader. Gib mir das Erz. Wunderschön. Haben wir hier auch noch Zaubertränke. Kann die Bärenfall aktivieren. Und es geht weiter runter. Böse und böse. Oh. Ich ziehe euch bei lebendigem Leib die Haut an. Aua. Oh. Was denn jetzt? Ich bin tot. Schon wieder mal. Das... Habe ich denn jetzt... Ah, ich habe die neue Stufe natürlich nicht aktiviert. Gesundheit. Ja. Und... Ähm... Ähm... Natürlich bin ich genau in die andere Richtung gegangen. Hol mir das Acklerauge-Talent. So. So. Jetzt werde ich den einmal hier vorne... Wegmachen. Werd mir den Typen ausrauben. Und meine Eisenpfeile wieder. Es ist nicht verdient, die zu halten. So. Das mache ich auf. Und jetzt werde ich nochmal speichern. Schau. Schau. Ja. So. Jetzt. Jetzt. Wow. Den habe ich falsch... Den habe ich versetzt. Das ist natürlich richtig scheiße, dass ich den nicht... Wer ist da? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Oh, scheiße. Jetzt steht er natürlich nicht mehr da, ne? Hm. Zauberer. Das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz. Ist da jemand? Wieso hat er nicht getroffen? Wieso hat er nicht getroffen? Verdammt nochmal. Ne, zumindest habe ich meinen Schleichel verbessert. Lass mich dich töten. Endlich. Oh. Aua. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Nein. Stopp. Objekte. Ja. Jetzt habe ich es geschafft. Trank der Gesundheit. Nein. Trank der Heilung. Trank der Heilung. Gut. Und jetzt möchte ich bitte auch mein Stahlschwert haben und auf der anderen Seite mein Pelz. Genau. Na. Hm. Gold. Eisenpfeil. Die Frage ist, ist hier noch jemand? Oder habe ich gerade alle getötet? Scheinbar ist hier keiner mehr. Gut. Eisenerz. Trank der Stärke. Oh. Nordmed. Na ja. Trank der Gesundheit. Ja. Ist alles okay. Und da oben drüber ist ein Mineralerz umwandeln. Und den habe ich eigentlich, oder auf den habe ich eigentlich gewartet. Tränke. Eisenerz. 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 Ne. Haben wir hier noch was? Nein. Wir haben hier eine Truhe. Oh mein Gott. Hier bringt aber... Ah. Jetzt habe ich auch einen Stahlschwert genommen. Egal. Ich würde sagen, hier machen wir mal kurz einen Cut. Und äh... Und dann in der nächsten Folge nehmen wir mal das Ding hier zu Gänze restlich aus. Also... Bis... Ja. Bis morgen. Haut rein.